Ich komme zu dem nächsten Part und ich habe schon ein bisschen angefangen, ja, mit Minecraft und ja, ich habe, ehrlich gesagt, habe ich jetzt mit Minecraft so ein bisschen angefangen, damit ich mich endlich mal, also ich mich um meinen YouTube-Kanal ein bisschen beschäftigen kann. Ich habe das nicht extra jetzt gemacht, dass ich jetzt keine Videos mache, aber es war ein bisschen schwer, das zu machen. Okay, ich hatte, wie soll ich das euch sagen, also ich war jetzt, ich bin jetzt in Ungarn und ja, mache jetzt ein bisschen so Urlaub. Und ja, also mehr tue ich jetzt nicht, weil Schule ist jetzt endlich vorbei. Jetzt kann ich mich endlich so ein bisschen frei fühlen. Und ich habe mir so gedacht, hey, wenn ich schon frei bin, könnte ich schon ein YouTube-Video machen. Und da habe ich halt eins gemacht und ja, damit es euch und mir natürlich auch Spaß macht, habe ich mir so gedacht, okay, ich könnte vielleicht mit Minecraft so anfangen. Ja, wie ich sehe, macht es euch, also mir persönlich macht es Spaß. Ich weiß nicht, wie, ob ihr das mögt, was ich jetzt mache. Auf jeden Fall schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr noch mehr sehen wollt. Und wenn ihr nicht mehr sehen wollt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, dass ihr es nicht wollt. Und dann kümmere ich mich darum, dass, ähm, ja, dass ich bessere Videos mache. Und, dass es euch Spaß macht. Weil ich möchte natürlich, ähm, nicht so einfach so Videos hochladen, was euch gar nicht Spaß macht. Und mir macht es Spaß. Hm, nein, so läuft es nicht bei mir. Ich will einfach nur, dass euch das Spaß macht. Also, was ich da mache. Und, ja. Ähm. Ich, ich will halt ja auch nicht, dass ihr euch schlecht fühlt. Und so halt so ein Kram. Ja, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, weil, ich weiß einfach nicht, ich bin jetzt momentan nicht so gut gelaunt. Und, ja. Ich dachte mir, ja. Ich könnte halt, ähm, dass mir was Spaß macht. Ähm, ja. YouTube-Videos machen. Und, das stimmt auch. Ja. Und dann habe ich halt jetzt angefangen. Bin jetzt sogar fertig geworden. Aber ich muss hier noch ein bisschen umbauen. Ähm. Ja, Bett und so Zeug, ähm, könnte vielleicht hier hinkommen, oder? Ja, könnte sogar sein, so. Und die Staffing-Band nehmen wir so. Also, wenn es wieder so ein bisschen... So ein bisschen... Entschuldigung.